Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, wir wissen, YouTube mag es manchmal nicht so richtig, wenn die Wahrheit wirklich arg in eine Richtung geht, die jemanden davon abhalten könnte, eventuell bestimmte Sachen zu tun, die aber gerade für ganz wichtig gehalten werden. Deswegen hier, das ist nur ein kurzes Video und ich wollte dich auf jeden Fall darüber informieren, dass wir es hochgeladen haben, aber angucken müsste man sich das dann auf den anderen Videoplattformen, wo wir es auch dann soweit übersetzt haben. Vielen Dank, dass du reinguckst und die Links sind in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar zu finden. Dankeschön und weitermachen.